So, noch mal ein Video. Zwei Minuten später. Also das Gepi gesorgt, hintereinander weg. Den habe ich jetzt vor gezeigt, immer drauf. Huch, jetzt kommen gleich drei oder fünf Teile weg. Logojet, immer angeparkt, dann hier drauf geschlagen. Und dieses kleine Teil war hier mein Amboss. Den habe ich immer versucht zu erwischen. Jetzt wird es eingeladen, wenn wieder Platz ist. Und dann geht die hinteren Stücke weiter. Die wird nicht mit der Hand antasten lassen. Nur mit der Axt, klick, 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 hintereinander.